Die meisten Uhren, die wir kennen, sind einem runden Gehäuse untergebracht. Also habe ich mich gefragt, welche Marken setzen bewusst auf ein eckiges Design und sind damit erfolgreich. Nach ein bisschen Recherche bin ich fündig geworden und war beeindruckt. Es sind Marken, die wir alle kennen und Uhren, die Jahrzehnte an ihrem Design einer rechteckigen Form schon festhalten. Uhren müssen also nicht zwangsläufig rund sein, oder? Hallo zusammen, mein Name ist Simon, der Gezeitenpand und im Video heute möchte ich mit euch nicht über runde Uhren sprechen, sondern über eckige Uhren. Und welche Marken speziell auf eckiges oder rechteckiges Design setzen, wie sich da gewisse Modelle über die Jahre wirklich etabliert haben und wirklich einen richtigen ikonischen Status erreicht haben und welche Marken das sind, dazu im Video heute mehr. Fangen wir also direkt an. Die drei Marken, auf die ich eingehen möchte, das ist zum einen die Marke Jaeger-Le-Coultre, dann die Marke Tag Heuer und an dritter Stelle die Marke Cartier. Zwei dieser Marken, die Marke Jaeger-Le-Coultre und Cartier, gehören unter anderem auch zu dem Luxusgüterkonzern Richemont. Fangen wir also direkt an mit der ersten Marke, die ich vorstellen möchte, die auf dieses ikonische rechteckige Design setzt und die eben ein Modell hat, was schon sehr, sehr lange gebaut wird und nahezu immer in diesem Design geblieben ist und sich nicht verändert hat. Und zwar ist es die Marke Jaeger-Le-Coultre mit der bekannten Reverso. Die Reverso, die wurde 1930 vorgestellt und hat ihren Namen ursprünglich daher, weil die Reverso eben gewendet werden kann. Die Reverso hat eine Funktion, dass man eben das Gehäuse in dieser Fassung vom Gehäuse drehen kann und wenden kann, weil sie für Polospieler gedacht war oder sie sollte einfach beim Polospielen getragen werden können und dass das Glas eben geschützt ist, konnte man bei der Reverso oder kann man bei der Reverso einfach das Gehäuse in der Fassung umdrehen, wenden und dann ist das Glas geschützt. Dann ist praktisch die Unterseite vom Gehäuse nach oben gerichtet und die Uhr an sich so etwas besser geschützt vor äußeren Einflüssen. Wenn natürlich jetzt ein richtiger Schlag auf das Uhrwerk oder das Gehäuse der Uhr kommt, dann ist das natürlich auch nicht mehr geschützt, wenn dem sie gewendet ist, aber zumindest ist das Glas geschützt, dass da eben nicht irgendwie ein Schlag drauf kommen kann und das Glas dann beispielsweise zerspringt. Das Tolle ist bei der Reverso, in der Reverso haben mittlerweile schon über 50 Komplikationen, sage ich mal, ihre Heimat gefunden, weil eben Jaeger-Le-Coultre schon im Laufe der Jahre, wo eben dieses Modell gebaut wird, immer wieder auf die Idee kam, wir könnten auch mal noch die Komplikation oder die Komplikation eben in so einer Reverso verbauen und so ist es eben geschehen, dass in dieser Reverso unter anderem ein ewiger Kalender mal Platz gefunden hat, dann eine Mondphase, dann eben auch, was richtig toll ist, ist die Double Phase. Also ich habe nicht nur die Möglichkeit, die Uhr umzuklappen und dann zu schützen und dann sehe ich eben bloß den Gehäuseboden, sondern bei der Double Phase hat man eben auf der Rückseite, wenn man sie umdreht, einfach nochmal ein zweites Zifferblatt oder nochmal ein zweites Gesicht und da hat man dann im Prinzip zwei Uhren in einer Uhr. Also wenn ich die Uhr umdrehe, habe ich zum Beispiel ein schwarzes Zifferblatt, wenn ich zuvor ein weißes Zifferblatt hatte oder habe auf der einen Seite eine Mondphase und auf der anderen Seite zum Beispiel keine Mondphase. Einfach, ich kann die Uhr auch noch während dem Tragen oder wenn ich dann einfach Lust und Freude habe, einfach noch ein bisschen anpassen oder auch vielleicht, wenn ich auf der einen Seite eine andere Zeit angezeigt habe, wie auf der anderen, dann kann ich sie auch wenden und habe eine andere Uhrzeit. Also es ist für mich eine tolle Uhr und ich empfehle jedem mal auch so eine Reverso sich ans Handgelenk zu legen. Es fühlt sich auch toll an und es ist einfach auch mal schön, das auszuprobieren, diesen Mechanismus, wie man da einfach die Uhr umklappen kann. Wenn euch das Video bis dahin schon gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert auch unten rein, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit ich da noch ein paar mehr Abonnenten bekomme. Das motiviert mich und dann mache ich auch gerne für euch noch weitere Videos. Und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Punkt und zwar der zweiten Marke, die ich euch mitgebracht habe und das ist die Marke Tag Heuer. Und bei Tag Heuer, da kommt bei ganz vielen bestimmt gleich die Tag Heuer Monaco in den Kopf und um die soll es auch heute gehen, denn die Tag Heuer Monaco ist eben auch eine Uhr, die in dem rechteckigen Design ist, sehr eckig und markant und auch sehr auffallend. Die Tag Heuer ist auch im Vergleich jetzt zu der Reverso deutlich größer und ist eigentlich standardmäßig immer als Chronograph hergestellt worden, dementsprechend auch ein bisschen auffällig. Aber die Tag Heuer Monaco, die hat eigentlich ihren richtigen Ruhm bekommen durch den sogenannten Steve McQueen, der im Film Le Mar 1971 diese Uhr getragen hat und er hat eben da das Vorbild von einem bekannten Rennfahrer gehabt, der die Uhr getragen hat und dann wollte er im Film eben auch so eine Monaco tragen und die wurde dortmals eben frisch vorgestellt und deswegen hat er sie dann auch im Film getragen. Und interessant ist bei dieser Tag Heuer Monaco, dass sie eben schon damals ein sehr auffälliges Design hatte, auch durch das blaue Zifferblatt und die roten Zeiger, was auch die 70er Jahre da so ein bisschen eingeleitet hat mit diesen bunten Farben. Hat einfach super in diese Zeit gepasst. Dann hat die Monaco sehr auffällig die Krone nicht auf 3 Uhr, wie es die meisten Uhren eben haben, sondern sie hat die Krone auf 9 Uhr, weil eben dortmals schon Tag Heuer zeigen wollte mit diesem Uhrwerk. Das war das erste Chronographen-Uhrwerk mit einem Mikrorotor, was eben in einem eckigen Uhrengehäuse Platz gefunden hat und sie wollten dort mal schon zeigen, dass die Uhr eigentlich nicht aufgezogen werden muss, wenn sie mal am Handgelenk ist, sondern dass sie sich automatisch aufzieht und dass man dann wirklich die Funktion der Stoppuhr, um eben beim Rennen Startstopp und um Zeitenthalt zu stoppen, dass man das eben gut bedienen kann und dafür braucht es dann eben nicht die Krone und deswegen wurde die Krone auf die linke Seite, also auf 9 Uhr platziert. Ist dann im Laufe der Jahre mal wieder umgeändert worden, dass sie dann auch, je nachdem, was halt auch von Uhrwerk in der Monaco drin war, am Anfang war eben das Kaliber 11 drin, wo dann die Krone auf der linken Seite war, später dann mit Kaliber 12 auch zum Beispiel, ist die Krone dann auf 3 Uhr wieder gewandert, wie es eben bei klassischen Uhren ist. Und kleine Information für euch noch, die Uhr, die Steve McQueen dortmals getragen hat, die hat er nach dem Rennen an jemand verschenkt und die wurde jetzt im Jahr 2020 für über 2 Millionen versteigert, also die Nachfrage nach diesem Modell war extrem hoch oder speziell nach diesen Uhren natürlich, weil sie im Film getragen wurde, aber auch die alten Modelle sind sehr gefragt. Unter anderem ist ein Modell extrem stark gefragt und zwar ist es ein Modell, was 1975 rausgekommen ist und zwar eine Tag Heuer Monaco, komplett in schwarz, PVD-beschichtetes Uhrengehäuse und diese wird auch Dark Lord genannt, ist eben nicht so häufig zu finden, eher seltener und extrem nachgefragt und beliebt. Also wenn ihr solche eine im Besitz habt, dann Glückwunsch, denn die sind nicht so einfach zu bekommen. Dann hat Tag Heuer eben im Laufe der Jahre immer wieder verschiedene Monakos rausgebracht, wo dann ein bisschen Abwandlungen stattgefunden haben, unter anderem, wie ich auch erwähnt habe, dass die Krone zum Beispiel auf 3 Uhr wieder gewandert ist oder dann eben zum 40-jährigen Jubiläum hat Tag Heuer die V4 rausgebracht. Das war die erste mechanische Uhr mit einem Riemenantrieb, sehr futuristisches Design und auch in den Jahren darauf wurde dann zum 50-jährigen Jubiläum der Tag Heuer Monaco eben ein Modell rausgebracht, dem Retro-Design wieder, wo dann auch wieder die Krone klassisch auf der 9 ist, so wie es eben, oder nicht klassisch, sondern so wie es die ursprüngliche Monaco eben hatte, auch von den Farben wieder mit dem alten Tag Heuer-Logo, nur eben, dass da jetzt ein neues Kaliber 11 darin beherbergt ist und dieses Kaliber 11, das ist auf Basis eines Selita-Urwerks mit einem Chronographenmodul eben dann drauf. Das soll soweit zu der Tag Heuer Monaco gewesen sein und jetzt die dritte Uhr, über die ich mit euch noch sprechen wollte, und zwar die Cartier Tank. Das ist eben ein Modell, was auch extrem bekannt ist, ähnlich wie die Ché-Jé-Le-Coultre Reverso, auch eine etwas kleinere, schlichtere Uhr, aber auch schon sehr, sehr lange wird dieses Modell gebaut und die Cartier Tank, das heißt ja eigentlich Panzer, die wurde 1917 von Louis Cartier eben designt und er hat da für das Design diese Inspiration von, wirklich von einem echten Panzer sich geholt und zwar von dem Renault FT-17, einem kleinen Panzer, zeige euch da mal ein Bild, und diese Form eben von diesem klassischen an der Seite, diesen zwei Streben und dann dieser speziell markanten Krone auch mit diesem blauen Saphir drauf, das ist eben angelehnt an dieses Design von diesem Panzer. Der ursprüngliche Design war die Cartier Tank normale und dann wurden eben immer wieder unterschiedliche oder neue Modelle, sage ich mal, designt und sind rausgekommen und die Louis Cartier Tank, das ist eben so diese klassische Tank, die wir eigentlich kennen und die eigentlich die meisten Menschen mit einer Cartier Tank verbinden, also das ist dieses klassische Cartier Design. Es sind aber noch viele andere Tanks rausgekommen in den Jahren danach, unter anderem die Tank AGG, das ist eine Tank, die einfach keine Zeiger hat, sondern da sind eben Scheiben unter dem Gehäuse angebracht und dann ist in dem Gehäuse eben ein Ausschnitt, wo dann die Scheiben durchscheinen und das ist eben eine digitale Uhrzeitanzeige und da springt dann eben auch die Stunde und die Minute, die die Uhr eben anzeigen kann. Auch ein spezielles Design und auch auf jeden Fall was Besonderes. Dann kam noch eine Cartier Asymmetrie raus, das ist eben eine Cartier Tank, die dann, sage ich mal, alles ein bisschen verschoben ist und verzerrt ist. Da denkt man im ersten Moment, okay, hier stimmt doch irgendwas nicht, aber das Coole ist halt eben, man braucht bei dieser Tank das Handgelenk gar nicht anwinkeln oder so, um die Uhrzeit abzulesen, weil man kann praktisch, wenn man die Hand so hat, kann man das schon direkt ablesen, weil es einfach zu einem ausgerichtet ist. Auch wieder ein spezielles Design und man sieht auch hier bei der Cartier Tank, dass die im Laufe der Jahre auch ein bisschen Veränderungen durchgemacht hat, aber trotzdem dieses klassische Design von der Cartier Tank, bekannt jetzt unter der Louis Cartier Tank, dieses Design gibt es immer noch zu kaufen und ist immer noch extrem nachgefragt. Und weil es dieses Modell eben von Cartier, die Tank auch schon so lange gibt, haben die natürlich auch schon viele Persönlichkeiten getragen, so wie auch die anderen Uhren, die ich vorgestellt habe. Die Cartier Tank hat unter anderem auch Lady Diana getragen oder zum Beispiel Jackie Kennedy. Jetzt habe ich euch in dem Video heute gezeigt, dass es nicht immer unbedingt Uhren geben muss, die rund sind und es gibt durchaus auch Uhrenmarken, die speziell auf dieses eckige Design setzen und mag auch nach wie vor neue Modelle rausbringen mit diesem Design. Gerade auch jetzt hier bei der Tacoi Monaco ist jetzt erst wieder ein Modell vorgestellt worden in komplett schwarz-Titan und so wird es auch, denke ich, in den nächsten Jahren immer mal wieder noch so eine Hommage oder einfach so eine Weiterentwicklung geben oder dann vielleicht mal ein neues Uhrwerk rein oder nochmal eine neue Komplikation bei der Reverso. Also es wird da immer wieder eine Entwicklung geben, weil dieses Design, dieses klassische Design, was es eben so lange gibt, doch bei vielen Leuten immer noch extrem Freude findet und Leute wirklich dieses Design und eine eckige Uhr haben wollen. Wir sehen das auch zum Beispiel bei der Apple Watch, die ist auch eckig oder hat zumindest ein quadratisches, rechteckiges Design und wenn jemand vielleicht auch gerne eine Apple Watch trägt und sagt, er möchte jetzt auch eine Luxusuhr haben, die ein bisschen dieses Design aufgreift, dann kann er durchaus zu einer Uhr von diesen Marken greifen. Und wenn euch das Video jetzt Spaß gemacht hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ihr könnt auch zu dem Thema noch mal was nachlesen auf meinem Blog. gezeitenpankter.ch und dann danke ich euch, dass ihr wieder dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.